Was ist die Finanzwirtschaft für Geld und Materielle Gier? Die Finanzwirtschaft ist sicherlich eines der hervorragenden Beispiele für Geldgier, materielle Gier. Es ist schon eine kleine Community, die sich da organisiert hat, ausgehend letztlich von Investmentbankern oder von Börsenhändlern, denen dieses technische System aufgefallen ist. Das ist ja kein rechtliches System. Es ist einfach eine Technik, die es ermöglicht, mit Gestaltungen den Fiskus darüber zu täuschen, dass eine Kapitalertragssteuer, deren Erstattung verlangt wird, tatsächlich nicht bezahlt wurde. Zunächst kommt irgendjemand, eine Abteilung einer Bank bei Absicherungsgeschäften, stellt fest, auch hoppla, da kann man ja zweimal, oder hoppla, da gab es jetzt ja zweimal Steuererstattung, das ist ja spitze. Und man hat sich das System überlegt, wie dieser Zufall zustande kommt und hat dann diesen Zufall zielgerichtet herbeigeführt. Und das sind zündende Möglichkeiten, Geld zu verdienen, Umsätze zu machen, Boni zu schaffen. Allein in dem einen ersten Fall, den ich da anschaute, da sind in einem ganz kleinen Zeitraum über 700 Millionen Aktien deutscher DAX-Unternehmen gehandelt worden im Kreislaufsystem mit Blocks, 40 Millionen Stück. Ja, das muss man irgendwo herkriegen, diese Aktien. In diesem einen ersten Fall ging es um 400 Millionen Steuern, die geraubt wurden. Und die wurden unter den Beteiligten aufgeteilt. Dass es illegal war, war natürlich jedem bekannt. Aber der Wunsch, so schnell, so leicht, an solche Summen zu kommen, der hat alle Grenzen fallen lassen. Es ist wie Bankraub, es ist wie Tresorknacken, nur eben knackt hier die Bank den Tresor, und zwar den Tresor des Gemeinwesens. Wie kam der Leiter einer Unterabteilung dieser Bank auf mich zu und sagte, ich kann es nicht mit ansehen, wie ihr Klient ein zweites Mal betrogen wird. Ich bekam dann über diese Kontakte Dokumente deutscher Steuerberater, deutscher Anwälte und von Prüfungsergebnissen innerhalb der Bank, die meine Analyse bestätigt hatten. Es sind Cum-Ex-Geschäfte, dem Kunden wurde kein reiner Wein eingeschenkt, absichtlich nicht. Und diese Dokumente waren ungeheuer aussagekräftig nach rechtlicher Überlegung, dass auch nach Schweizer Gesetz, nach Schweizer Recht, Dokumente, die strafbare Handlung belegen, keine Geschäftsgeheimnisse sein können, die dessen Geheimhaltung der Staat als eigene Aufgabe schützt. Mit dieser Überzeugung habe ich diese Dokumente angenommen und habe sie dann eigentlich über einen Verteiler, dem Bundeszentralamt versteuern, der Schwerpunktstaatsanwaltschaft Köln und auch der Schweizer Staatsanwaltschaft und deutschen Gerichten zur Verfügung gestellt. Das bedroht insgesamt jetzt über diesen Fall hinaus das Geschäftsmodell, weil es die Sicherheit, das Geheimnis, das Vertrauen in die Geheimhaltung auch anrühchiger Vorgänge eben beschädigt. Und das ist meine Straftat. Gegen mich wurde ermittelt, wegen des Verdachts des Geheimnisverrats und des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes zugunsten eines ausländischen Staates. Also ich wurde verfolgt und werde nach wie vor verfolgt wegen Spionage, Wirtschaftsspionage zugunsten der Bundesrepublik Deutschland. Ich musste da kennenlernen, dass wirtschaftliche Interessen einer Nation dann doch eigentlich über dem geltenden Recht stehen.